So, da sind wir wieder zurück, auch mit Sound. Es gab gerade, aus irgendeinem Grund, war der Sound komplett weg und, ja, ich weiß nicht wieso. Oh Gott, warte mal. Intervene! Gut, machen wir das. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Zack. Die liegen beide. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. So. Gucke. So, wir müssen immer noch warten. Okay. Das heißt, noch ein bisschen Zeit verbringen, irgendwo mit Scheiße, das ist so nervig. So, nochmal kurz kustomisen. Ich will mal kurz schnell was gucken. Lockcurl. 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 Super slim. Super slim. Extra slim. Super slim. Speed. Oh. Oh. From loss on corners, but reduces stability. Der Barreto. Oh. Box. Oh. Oh. On pesar. Oh. Limit. Okay. Ist also, der wird dies super. Haben wir den Balanced? Nee. Ja, Balanced, Motor haben wir den hier, weil mehr nicht geht. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Das ist das, was die Kraft und die Speed getrennt. Für die Kazu-ma-kun ist die Kiel-Räne. Ihr habt alle aufstehen, oder? Dann kommen wir weg! Dann machen wir das, was wir machen. Wir machen das, was wir gehen? 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 Was wir gehen? Nee. Nee, nee, nee. Scheiße. Also das mit dem Boost ist keine gute Idee. Okay, dann würde ich erstmal alles darauf setzen, keinen Boost zu nehmen, sondern alles auf Geschwindigkeit zu gehen. Gut. Higher Speed. Boah. Scheiße, ja, okay. Motor. Sonst haben wir schon alles runtergesetzt. What the fuck? Jaaaa. Ich versuch's mal so. Ich versuch's mal so. Wow. Ich war... Ich war noch nicht mal im Boost. Jetzt muss ich nochmal versuchen. Aber der... Der Motor ist halt krass. Okay, ich bin ganz außen. Das Ei ist so. Jaja, alle aufsteigen umgegangen sind. Ein Eifer sind da. Euch ist das nicht so. Bewιο Es ist immer schwierig... Wir haben das Heftigste überstanden. Letzte Runde. Vielleicht nochmal. Fuck, man, ist der Motor krass, ey. Okay. Wir gehen nochmal rein. Das ist 25. Da kann man jetzt aber ein bisschen... Können wir die hier nehmen. Frame. The cost of stability. Prevents speed. Proofs stability, but slows you down in corners. That's slowing down. Much. Godspeed more to our gear. But I'm all ultimate in speed. Let's go. ² Yeah, I'm all owner. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Probieren es mal. Ich glaube, ich brauche gar keinen Boost. Wenn die anderen nicht auch zu krass sind. Ich glaube, der ist zu krass. Klar, der ist zu krass. Dafür brauche ich halt echt diese Stabilizer. Okay. Wir gehen nochmal... Wobei... Side Stabilizer Ja, sonst ist alles cool Ein Sprung Ah, wieso? Der ist einfach zu schnell Da muss ein anderer Motor rein Da muss ein anderer Motor rein Ich hoffe, für das ganze Geld, was ich hier ausgebe Kriege ich dann irgendwann so ein fettes Preisgeld mal So, komm, 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 komm Wir haben keine Zeit zum Quatschen Wir hauen den Motor rein Mit guter Grip Haben wir die mal rein Das ist alles Cost of Stability Und gerade da Brauche ich viel Wir probieren es mal Wir haben ja trotzdem noch unseren Boost Hä? What the fuck? Wieso ist der auf einmal so langsam? Wieso ist der so langsam? Äh Warte mal Hä? Immobilized? Wieso bleibt er da immer stecken? Wieso bleibt er da immer stecken? Ja, da fährt er ja noch ganz gut. Boah. Out of lane, aber wieso? Boah. 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 haben Takuma Äh, ich wollte doch jetzt einfach nur was kaufen gehen. Oh, fuck. Ah. Ah, komm, komm, komm. Ready? Go! 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 Der steckt fest. Äh, war's das? Ja, Zeremonie und so können wir uns sparen. Haben wir alles schon gesehen? Hier. Äh. Soft. Blue Bolt. Ja, danke. Und jetzt tschau, hau ab. Piss dich. Piss dich! Ich werde hier einfach mal alles kaufen. Danke. 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 So, Motor kommt noch mit rein. Ja, zack. Let's go. Welcome. Speedframe. Ja, warte. Danke. 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 Damit bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Danke. Auf jeden Fall gibt's einen … Harfen CPs. Danke. Wodurch wir dann noch stärker werden. notwendig. Danke. Überrasch speed. Danke. Danke. Serv Mal. Regular Gear Plus Software Ja, eigentlich hätte ich mir jetzt alles sparen können Und einfach nur diese Plus-Dinger kaufen, oder? Slick Tire Plus Aber hey, wir brauchen das ja Wir können das ja auch trotzdem gut gebrauchen Wegen diesen CP CPs Äh Ich glaube, wir haben jetzt den ganzen Laden leer gekauft, einfach mal Ja, krass Gut Dann werde ich, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge Ähm Probieren wir es nochmal Bis dahin, euer Sovak Und tschüss Bis dahin